Ich sitze hier an meinem Piano Es ist nur nicht mal wichtig akustisch Wie Piano, billige Marke Nicht viel Spaß, ich könnte besser, doch ich will es gut Wie wär's denn mal mit was Gute? Dieser Ton war ziemlich schief Oh mein Gott, jetzt spiel ich auch schon Geige Oh mein Gott, jetzt spiel ich auch schon Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Leider aus Verkauf gemessen Kann man nichts machen Stattdessen hab ich mal einen Gregorian Spennerchor engagiert Das ist auch in Ordnung für mich Weil der ist wirklich Weltklasse Guck mal was der für tiefe Töne singt, kapier Paolo Ein 1a Bariton Ein 1a Bariton 1a Bariton 1b 0 3b 1b Ja, Paolo, hinterlässt Bilder auf meine Studi-Fanzette, steckbriefseite. Ja, was machst du denn da, Bierpaolo, wir kennen uns doch gar nicht. Wir kennen uns doch gar nicht so richtig gut. Noch letztens sagst du mir, Bierpaolo. Du machst ja in Wirklichkeit Männer. Tja, da nennt man einmal das Wort Hede und schon sagst du mir, dass du keine bist. Bierpaolo! Bierpaolo! Warum? Warum machst du das, Bierpaolo? Warum machst du das? Warum machst du das? Ich verstehe es nicht. Warum machst du das? Männer, Männer, immer alle im Kopf sind nur Männer, Bierpaolo. Bierpaolo, du bist so eine egoistische kleine Nazi-Sau, Bierpaolo, weißt du das eigentlich? Ja, egal was ich auch sagen muss, Bierpaolo. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Das habe ich wirklich nicht von dir erwartet, Bierpaolo. Was willst du da eigentlich damit, über Zwecken? Was probierst du dadurch, Bierpaolo? Willst du den Kräger orientieren? Männerköie verunsichern, oder was willst du? Bierpaolo! Bierpaolo! Sex mit dummen Männern. Das würde dir mal richtig, richtig gut tun. Richtig gut tun, richtig gut tun. Ja, egal wie dem auch sei. Bierpaolo! Bierpaolo, Frösa! Du bist ein Mordskern. Du bist der absolute Fettbeau von von über an. Du bist homosexuell, da kann man nix machen und da kann man wirklich nix machen. Manche Ärzte sagen, dass es das Halber ist. Ist das nicht deine schöne Vorstellung? Himmlich. Die Heilung der Homosexualität. Unmöglichkeit ist das alles anders. Ab hier Paolo, solange du keinen Sex mit mehr an willst, ist alles in Ordnung. Du wohnst hier in der Schweiz weit entfernt, im Zölscher Ghetto. Da redet man seltsam. Luzi, Luzi, du geile Sau. Pierre Paolo, deine Homosexualität ist echt nix Schlimmes. Ich finde sie in unseren Gesprächen erquickend. Ja, ja. Man muss erhoffst zu sehen dadurch. Pierre Paolo, Pierre Paolo, Pierre Paolo. Was soll ich schon noch sagen, Pierre? Du wärst deine homosexuelle geile Partizan. Mit deinen Polo-Händen. Damit bist du die einzige Partizan. Pierre Paolo, du bist ne geile schwule Partizan. Oh ja, deine Augen funken so schön. Und das Mondlicht perfektiert in die Nacht. Pierre Paolo, Frasa. Pierre Paolo, Frasa. Linguistik ist dein Spezialgebiet. In der Forschung von Computersprachentheorie. Pierre Paolo, ja du geile Sau. Doch sobald du nach Köln kommst, werd ich abhauen. Abhauen. Pierre Paolo, pack deinen Koffer. Wir feiern heut Nacht. Wir feiern heut Nacht. Nacht, 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 Nacht. Heute Nacht geht's ab. Was? Der Gregoriagic Frauenchor und Männerchor hat jetzt aufgehört. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Non ja. ... ... ... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020